Boah, ich freu mich schon den ganzen Tag auf meinen... Wer hat mein Eis gegessen? Sorry, ich was. Du weißt, bei Eis hört die Freundschaft auf. Aber bevor du sauer wirst, ich hab dir extra eine Eismaschine von Million gekauft, weil ich weiß, wie sehr du Eis liebst. Du musst einfach nur die Zutaten an die Eismaschine geben und die Maschine macht den Rest. Und, wieder glücklich? Mhm.